Hallo und Willkommen. Schön, dass du mich auf meinem Spaziergang heute wieder begleitest. Hier ist Tobias Konrad und ja, tut gut wieder mal den Kopf so auszulüften, nachzuspüren, die Sonnenstrahlen, die Wärmenden auf der Haut zu genießen, das Gras, die Wiese unter den Füßen zu spüren, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Das ist etwas, was wir immer wieder üben in der Achtsamkeit. Das ist nicht selbstverständlich, das Lebendigsein, das Atmen in der Natur. Mit allen Sinnen wahrzunehmen. Die Jahreszeiten, den inneren Rhythmus, daran zu erinnern, wie es war, als Kind in der Zeit, dass wir noch nicht geraucht haben. Das, was uns die Zigarette nachher vorgeblich gibt, gibt ja auch etwas, ist ja eine psychoaktive Substanz, hatte eine Funktion. Wenn wir da dahinter kommen, ganz individuell für uns, jede und jeden, welche Funktion diese psychoaktive Substanz, das Nikotin erfüllt, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn wir das mal wissen, dann können wir mit Köpfchen und mit Herz dafür sorgen, dass wir das ermöglichen, ohne rauchen zu müssen. Das ist doch good news, oder? Und ich weiß, dass das geht. Ich weiß es. Viel Freude bei dir selbst davor schon. Dein Tobias. Wir sehen uns. . Untertitelung des ZDF, 2020